Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Stadtupdate hier aus dem Herzen von Lego City. In dem heutigen Video werde ich damit beginnen das Rathaus zu bauen und diese Markierungen die ich hier gesetzt habe mit Hilfe dieser 1x2 Lime Bricks die sollen nur den Grundriss in der Tiefe darstellen. Also die ersten beiden von links aus gesehen waren der Grundriss in der Tiefe wie ich das ursprünglich geplant hatte mit einer Tiefe von nur 20 Noppen und der dritte Stein der dazugekommen ist der ist jetzt die neue Tiefe von insgesamt 26 Noppen denn vorher sah das einfach zu schmal aus. Ich fange jetzt an das Erdgeschoss zu bauen und dann melde ich mich gleich wieder. Und das habe ich bisher gebaut. Wie ihr sehen könnt habe ich ja eine Art Kellergeschoss aber natürlich mit 2 Noppen Höhe nicht wirklich. Ich bin kurz in Versuchung geraten ob ich wie beim Polizeipräsidium ein wirklich echtes Kellergeschoss bauen sollte mit 5 Noppen Höhe. Aber ich habe es mir dann doch verkniffen weil es dann nochmal ja sehr viel Teile intensiver geworden wäre. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal aber erstmal will ich den Rest des Rathauses bauen. Von daher hier in diesem Bereich wird eine Bibliothek reinkommen. An dem anderen Ende des Gebäudes da kommt das Stadtparlament rein und die beiden Lücken die ihr hier seht das sind die Stellen wo dann die Eingänge sein werden. Also ein Eingang ist zur Hauptstraße hin und ein Eingang zum Bahnhofsvorplatz hin. Von daher ich werde jetzt erstmal weiter bauen und dann melde ich mich gleich wieder. Wie ihr sehen könnt habe ich hier weitere Platten verbaut und außerdem habe ich damit angefangen die Treppen für die Eingänge zu bauen. und dort die weißen Quadrate die ihr da seht das sind die Sockel für die Säulen die dann da an dem Eingang stehen werden. Jetzt werde ich hier noch weitere graue Platten verbauen und ich werde außerdem die Treppen für den Eingang für die Eingänge fließen und dann melde ich mich gleich wieder. Und während ich das Ganze hier baue ist mir aufgefallen, dass die Stufen der Treppe hier einfach viel zu nah an der Straße enden. Also der Gehweg der dann da noch vorkommt der ist dann ja nur maximal zwei Steine breit, zwei Noppen breit und das ist einfach viel zu schmal gemessen daran, dass der Gehweg zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite viel breiter ist. Aber auch sonst gemessen daran, dass das hier ja die Hauptstraße ist, das ist doch ziemlich schmal. Da habe ich mich einfach zu stark an dem Modular Building Rathaus orientiert und deshalb werde ich alles, was ich bisher gebaut habe, um mindestens zwei, vielleicht sogar vier Noppen nach rechts versetzen, sodass wir dann also mindestens einen Gehweg vor der Treppe dort mit einer Breite von vier oder vielleicht sogar sechs Noppen Breite haben. Das muss ich nochmal schauen, was da besser aussieht. Und selbst nachdem ich das Rathaus dann verschoben habe, wird dieser Bereich, wird der Platz hier zwischen Bahnhof und Rathaus immer noch groß genug sein. Ich werde jetzt also erstmal das Rathaus noch einmal verschieben. Zum Glück habe ich noch nicht so viel gebaut vom Erdgeschoss und dann melde ich mich gleich wieder. Ich habe das Rathaus, was jedenfalls bisher davon gebaut wurde, nur um zwei Noppen nach rechts verschoben, sodass wir jetzt also hier am Fuße der Treppe insgesamt eine Gehwegbreite von vier Noppen haben. Und das Ganze sieht jetzt besser aus. Es ist kein wunderbar geräumig breiter Gehweg, aber es sieht schon mal besser aus. Und jetzt kann ich hier am Rathaus weiterbauen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier noch einige Platten und Steine hinzugefügt. In dem Bereich hier, wo dann die Eingangshalle sein wird, da sind einige Platten hinzugekommen. Und ansonsten könnt ihr dort hinten sehen, dass da einige weiße Steine und auch hellgraue Steine dazugekommen sind. Das gleiche Bild auf dieser Seite. Dort, wo zwischen den weißen Steinen noch Lücken sind, da werden Modified Bricks in weiß reinkommen, damit ich dort dann Fliesen seitlich an der Mauer befestigen kann, an der Hausseite. Und die Lücken zwischen den hellgrauen Steinen, zwischen den light blue-gray Steinen, die sind da, damit dort dann die Fenster rein können. Diese Modified Bricks habe ich aber noch nicht, von daher werde ich das heute nicht bauen können. Was ich heute aber noch bauen kann, sind die Säulen an den Eingängen. Da könnt ihr ja schon sehen, dass auf beiden Seiten je vier Fundamente für diese Säule bereits gebaut wurden. Und dort werde ich jetzt die Säulen draufstellen. An der Front zur Hauptstraße habe ich nun die vier Säulen für den Eingang hingesetzt. Und wie ihr sehen könnt, fehlen da aber noch die Fliesen. Da sind noch alle Noppen frei. Das wird also alles noch gefließt, soweit die Teile da sind. Und dann werden natürlich diese Säulen auch noch auf der anderen Seite für den Eingang dort gebaut. Da benötige ich aber noch weitere Teile. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.